Hallo und herzlich willkommen zu unserem Video und zwar eine Forschung zu Curseplay. Ihr habt es euch gewünscht, unsere mit 3 Likes habt ihr mir gesagt, ey Leute, ihr aus der TV-Künste mit dem totalen Mann zu Curseplay, ich kann mich nicht aus. Ich habe gedacht, natürlich kann ich es machen. Und wir beginnen mit dem ersten, und zwar mit Abfahrer beladen am Startpunkt. Wir sind ja schon angekommen, hier ist ja voller Drescher. Aber wenn wir nur Beladen am Startpunkt haben, wenn wir das nächste nehmen, ah, das seht ihr in der nächsten Folge, fährt er hier hin und dann fährt er weiter. Wir machen kurz auf das Spiel zu beginnen. Nehmen wir hier ein Tag-Symbol hin und dann, ähm, fangen wir kurz vor, was ist denn so das nächste? Zur Bahnstation Mühle. Fahren wir jetzt mal hier da hin. So, ähm, kann ein bisschen dauern, es kann sein, dass ich für euch Endzeit aufmermache. Jo. So. 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. mit Blöden als zweiter e-laden wird zu ich schwinge ich mich nicht in den Drescher das haben wir verstanden für die Strecke Tappen geht noch da diese große Kleine von hat ist nicht Mehrfahrer gut, weil die kreuzen sich ja. Ja, ich habe im Zugehund ein bisschen doof angefahren, weil ich ehrlich war, aber so als Testzwecken So, jetzt dauert das Ich habe die Befälschung, das reicht nicht. Ich kann auch sagen Ah, ich kann, man kann jetzt fährt einfach weiter, jetzt hat er gerade seht, ey. So, ich kann jetzt weiterfahren tippen, das ist, mein Punkt war eigentlich ein bisschen unnötig, aber Kopf hoch. Ich fahre nicht, weil hier steht einfach ein das, also Ergo ist eingestellt. Falls du mit euch das zeigen, ich habe hier das Geschwärtssymbol eingestellt, wie beim Einfallen, also der Pferd, wie ich eingefahren bin. Ich werde jetzt genau, hier kann man die Punkte anzeigen, zum Beispiel nur Ende, also nur Anfang, nur Ende oder alles. Hier seht ihr die Linien. Ich werde auch jetzt genau da lang, wo ich auch langgefahren bin. Das ist mir jetzt fremste auch, zumal, der hat aber ich ein bisschen komisch gefahren. Ja, das für den KI-Autos ist man schon ein bisschen buggy, ja. Was ihr auf jeden Fall machen müsst, ist bei Curse Bay gut das ausnutzen. Ja, so wie ich, ich habe es richtig schön ausgeholt, weil, ja, es wäre besser weit auszuholen, falls ihr beim Denken gespannt werdet, weil das schon nur so ein Dreieckskipper. Und dann, ja, so, da ist er kommt er hoch, weil ich alles richtig gemacht habe. Ich habe es jetzt auch zum ersten Mal gemacht. ähm, ja, Ableuchte erreicht, steht hier unten. Wie gesagt, ich mache immer noch nichts. So. So, jetzt kippt er ab. Ich bekomme Umrechtzgeld, hier gehen. Und so, das wird er weiter. Ganz, ganz einfach. Also, ganz einfach. Ich versuche auch, ähm, so einfach, wie es geht, zu halten. Äh, und falls ihr noch Fragen habt zu Curse Play, ähm, schreibt es gerne in die Kommentare. Ähm, man, äh, man kann auch mit diesem Auge die Map-Anzeigen halt, wie ich, das ist ja Startsgrüne, vielleicht hier lang, kann auch so nehmen, und, irgendwo hinsetzen, zum Beispiel. Aber, ja, das Ende halt. Ja, so einfach ist das schon. Und der fährt, seine Runden, kann man da befüllen lassen, vom Drescher. Kann man sagen, ey, Drescher, schau mal da hin, zum Beispiel. ja. So, das war's mit diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen da. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein, schönen Tag noch, und ciao. Ciao.